Hallihallo und herzlich willkommen zu Papierstau-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter. Wie immer mit meinem lieben Mit-Podcaster Tim. Hallo. Und mir, und diesmal leider ohne Katie. Ja, die ist gesundheitlich verhindert. Ja, wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dass wir sie nächstes Mal wieder mitbegrüßen dürfen. Genau. Aber ja, so, Folge 46, Tim. Wir nähern uns der 50. Ja, der Wahnsinn. Bist du schon gespannt? Ich bin schon ganz gespannt. Was dann passiert? Ja. Wir haben noch gar nichts geplant. Ich meine, wir haben schon ganz viel geplant und so. Klar, wir sind immer vorbereitet. Ja, wie immer. Sind wir mega vorbereitet und haben schon ganz, ganz viel geplant und solche Sachen. Meinst du, was glaubt uns jemand? Äh, weiß ich nicht. Ich glaub, ich sollte gar nicht glaubt, wenn ich rüberkomme. Egal. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten, weiß ich nicht, wenn haben wir uns gehört? Erst gestern, aber... Wie ist es dir denn so ergangen in der letzten Zeit vor der, also nach der letzten Aufnahme? Ja, äh, eigentlich ganz gut. Ich war noch im Zoo in Leipzig in der Zwischenzeit und das kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ist sehr schön, sehr groß. Ja, das finde ich, ist auch gut. Ja, äh, sehr schön, sehr groß. Äh, die haben halt ein riesiges, ähm, ja, tropisches Gebiet quasi, was so urwaldmäßig ist mit sehr vielen Pflanzen, sehr vielen Tieren, äh, die da frei rumlaufen und so. Ähm, wirklich schön da. Und, ja, frei rumlaufen? Ist das nicht gefährlich? Ja, also es gibt so, ich weiß auch nicht ganz, wie die das hinkriegen, aber es gibt auf jeden Fall gewisse Bereiche, in denen Affen einfach frei rumlaufen zum Beispiel oder, ähm, ja, sehr viele Vögel und so, ähm, Faultiere, ähm, keine Ahnung, wie die die abgrenzen, aber ja. Hm, klingt auf jeden Fall interessant. Ist, äh, sehr cool da auf jeden Fall. Ja, und sonst hab ich nicht so viel gemacht. Ich fahr übermorgen nach Köln zum Neomagazin. Was? Ja, das wird natürlich lustig. Ohne mich? Ja, und sonst hab ich gar nicht so viel gemacht. Gelesen, natürlich. Ja. Fleißig wie immer, meinst du? Na klar. Ach ja, und eine Website gebaut. Stimmt. Hab ich ganz vergessen, hast du mir ja sogar dabei geholfen, äh, also die einzurichten, weil ich keine Ahnung davon hab. Ja, ich musste das ja schon öfter machen. Ja, und genau, die dürfte jetzt auch fertig sein, wenn die Folge raus ist, äh, timandiheld.de, da gibt's ganz viel Fotokram zu sehen. Ja. Katsching, Werbung gemacht, in meine eigene Tasche. Okay. Du Assi. Mhm. Nicht genehmigt. Was hast du denn gemacht? Sponsored Content hier, jetzt musst du mir 50 Euro geben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Krass. Wie lange hast du gebraucht? Lange. Lange. Ich kann's nicht genau sagen, ich müsste's nachgucken, aber so 25, 30 Stunden waren's auf jeden Fall. Ich hab aber auch alles gemacht, so ungefähr. Echt? Aber da musst du doch viel mehr gespielt haben als 30 Stunden. Genau, ich weiß es nicht. Aber so gefühlsmäßig waren's so 30 Stunden. So mit Hauptstory und so. Also, das war nicht, also, es war nicht so ultralang wie GTA und, also, ich hab jetzt nicht alles wirklich gemacht, aber ich hab die ganzen Nebenstories und sowas gemacht, das meinte ich damit, also. Ja, ja. Aber ich war zum Beispiel gar nicht jagen und so. Ja, okay. Aber da geh ich, glaub ich, nochmal auf im Nachtgeflüster, wenn wir da nochmal, eins auf die nochmal ein bisschen näher drauf ein, was da so abging. Und ich hab mir die neue Spyro Ignite Trilogie geholt. Und du meinst ja, die ist sehr gut, ne? Du hast Spyro ja auch nicht gespielt. Nee, ich hab Spyro nicht gespielt damals, aber ich find das Spiel trotzdem geil. Das ist doch ein sehr gutes Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Ich hab ja trotzdem zu der Zeit auch schon gespielt, von daher, es ist so ein bisschen der Flair dieser Zeit in dem Spiel und es ist noch einfach, weißt du, es sind so einfache Bewegungssachen, du hast nicht so tausend Kombis und so. Ja. Du merkst die PS1 daraus, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja halt typisch im Sonya Games, ne? Die machen ja sowieso eigentlich nur Qualitätsspiele. Ja, also es war schon ziemlich gut. Hat Spaß gemacht. Oder beziehungsweise macht Spaß, ich bin ja noch mittendrin. Im ersten Teil. Ja, ist ja gut. Ja, und sonst hab ich nicht so viel gemacht. Spannend, mein Leben wie immer. Ja, sehr aufregend. Ja. Was soll's. Oder ich hab Sachen gemacht, die ich darf nicht erzählen. Aber so. Okay, jetzt wollen wir alle wissen, was du gemacht hast. Nein, darf ich nicht erzählen. Nee, aber dann lass uns mal zu unserem ausgesuchten Vorgeplänkel kommen. Und zwar hab ich Schlauer Fuchs mir überlegt, weil wir letztes Mal im Zuge unserer Feminismus-Literatur-Debatte, ich will's mal so nicht unbedingt nennen, aber im letzten Vorgeplänkel haben wir ja schon mal so leicht angerissen, wie wir unsere Bücher aussuchen und nach welchen Kriterien und so. Und das wollten wir jetzt nochmal so ein bisschen vertiefen. Und zwar, genau, fang doch mal an. Nach welchen Kriterien suchst du denn? ein Cover, Geruch, Konsistenz des... Geruch ist, wenn's danach geht, würde ich ja jedes Buch kaufen. Viskosität der Seiten. Nur danach geh ich. Ah, ganz schlau. Naja, nee, ich muss echt überlegen. Also, ich frag mich halt auch, wie ich die Informationen für Neuerscheinungen kriege, weil das meistens eigentlich immer nur Zufälle sind. Also, ich seh's halt bei Facebook oder so oder bei Twitter, dass jemand ein neues Buch rausgebracht hat und krieg das sonst eigentlich so kaum mit. Ja, ist erstaunlich krass, ne, wie wenig Werbung irgendwie dafür geschaltet wird, obwohl wir ja im offensichtlichen Interessensbereich liegen. Ja, genau. Also, weißt du, was ich meine? Also, nach personalisierter Werbung müssten wir ja eigentlich diese Sachen angezeigt bekommen. Und okay, wir sehen die Sachen dann zwar, aber auch meistens erst ein bisschen später, ne? Also, ja, hab ich halt auch das Gefühl, also ... Wenn's jetzt nicht gerade so große Namen wie Walter Mörs sind oder so, wo wir's dann dann ... Genau, das kriegt man natürlich mit. Oder halt Känguru-Chroniken oder so. Ja, das, ja, die Sachen haben wir halt, die haben wir relativ schnell gesehen, aber da folgen wir den Leuten auch im Notfall privat auf Facebook und Instagram oder keine Ahnung was und sehen das dann dadurch einfach. Ja, genau. Aber so irgendwie Werbung insgesamt wenig geschaltet, finde ich. Also, für den Literaturbericht, keine Ahnung. Ne, genau. Also, das ist irgendwie auch die einzige Hauptquelle, wo ich wirklich an Neuerscheinungen rankomme, halt über die privaten Kanäle von den Autoren. Und, also, das ist schon irgendwie komisch, dass das so ist. Weil ich irgendwie das Gefühl hab, dass man irgendwie viel mehr damit machen könnte. Ja, ne? Also, so generell mit Bücherwerbung. Ja, also, keine Ahnung. Ich lese jetzt auch keine Magazine über Bücher, muss ich zugeben, also ... Ne, ich auch nicht. Also, zugegeben, also, ich lese, also, ich konsumiere so nix, was jetzt generell mit Büchern zu tun hat, außer jetzt die Bücher selbst. Also, von daher kann ich das vielleicht schon verstehen, dass ich wenig Bücherwerbung sehe, aber dann wird das halt auch schon sehr spezifisch geschaltet, weil so Werbung sieht man da schon sehr viel breit gefächertes. Also, ich zum Beispiel sehe sehr viel Gaming-Werbung auf Facebook und so und Google. Ja, das ist natürlich der personalisierte Content, ne? Ja, genau, das ist der personalisierte Content dabei insgesamt. Aber die müssten ja auch gleichzeitig sehen, dass ich eigentlich auch wieder Bücher mag. Verstehst du, was ich meine? Also, wenn man da schon personalisierte Werbung gibt, ne? Aber anscheinend scheint das nicht, in der Feed-Roll mit drin zu sein. Was weiß ich nicht, also ... Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass weniger Werbung geschaltet wird für Bücher. So allgemein. Ne, also, ja, aber anscheinend ist es ja so. Also, zumindest praktisch gesehen ist es so. Weil Bücher so an sich sehe ich nur Neuerscheinungen, wenn ich in den Laden gehe oder jetzt halt dann aufgrund unserer Position sozusagen, dass wir halt dann, die uns die Vorschau und der Verlage halt wirklich angucken und dann wirklich uns das Programm anschauen und gucken, was wir halt in den nächsten Monaten rezensieren wollen, wenn wir dann natürlich auch gucken, was in der nächsten Zeit rauskommt und was dann vielleicht dazu ganz gut passen würde. Weil es natürlich immer ganz gut ist, dann die Sachen auch dann ungefähr zu rezensieren, wenn sie auch rauskommen. Genau. Und ja, aber es ist halt dann, dann ist es ja keine Werbung mehr, die man sieht, sondern dann guckt man ja schon spezifiziert danach, das ist ja so, als würde ich in den Buchladen gehen. Sondern es ist ja klar, dass ich da Bücher sehe. Ja, ist halt so. Ja, also das ist so für mich bei Neuerscheinungen halt immer so komisch, was ja nun mal zur Auswahl mit beiträgt irgendwie. So wie das Buch jetzt, das Harald Lesch-Buch habe ich zum Beispiel nur in einem Bücherladen halt gesehen, dass es draußen ist so. Und sonst, also das ist aber auch eher selten irgendwie. Ich kriege das meistens über Twitter oder Facebook oder so mit. Bei alten Büchern wiederum ist es anders. Ich kaufe sehr gerne in Antiquariaten und gebrauchten Buchläden. Und ich weiß nicht, wenn ich da vor dem Science-Fiction-Regal stehe, würde ich am liebsten jedes mitnehmen, weil jedes Cover einfach geil aussieht, jeder Titel gut ist. Und ich einfach richtig hatte Liebe für alte Science-Fiction-Literatur habe. Ja, die Covers sind auch nur so geil trashig gemacht irgendwie. Ja, die Covers sind richtig gut. Auf diese Art halt irgendwie. Ja, es gibt auch ein sehr gutes Video vom Nerdwriter auf YouTube zu den Science-Fiction-Covern. Also warum diese aussehen, wie die aussehen. Das ist ja interessant, weil die ersten Taschenbücher, die tatsächlich rausgekommen sind in Amerika, waren Science-Fiction-Bücher und die mussten sich abheben. Und dadurch haben die halt so ausgefallene, surrealistische Cover bekommen. Und das hat sich halt immer weiter durchgezogen und die Künstler haben immer mehr Freiheit bekommen. Und deswegen sehen die halt heute so geil aus. Beziehungsweise haben sie damals so geil ausgesehen, weil heutzutage, also ja, das wird weitergetragen, aber heutzutage hat das nicht mehr diesen geilen, weiß ich nicht, das hat so einen 80er-Jahre-Trash-Filler so, weißt du, was ich meine? Da steht da so ein Typ mit einer Knarre auf dem Mond vor seinem Spaceship und zeigt so in die Kamera so, weißt du, das ist so ein Sci-Fi-Cover. Ja, genau, das kaufe ich mir dann auch sofort so ungefähr. Ja, ich weiß, was du meinst. Man guckt direkt drauf, ja, Trash-Sci-Fi, geil. Ja, ist halt echt so. Und ansonsten eigentlich meistens nur über Autoren, die ich halt schon kenne. Aber wie ich die wiederum kennengelernt habe, weiß ich manchmal auch nicht mehr. Weil, wie es halt immer so ist, über drei Ecken und dann hat man irgendwann mal was von dem gelesen und dann hat man mehr gelesen und dann hat man halt immer so danach Ausschau, was sich halt generell interessant anhat, was man so gehört hat. Ja, genau. Ja, genau, das sind so eigentlich meine Methoden, wie ich an neue Bücher rankomme. Und wie ist das bei dir? Also fast eigentlich genauso wie bei dir, nur dass ich wenig Antiquariate und so besuche. Früher hatten wir halt noch so einen Gebrauchtbücherhandel, aber der hat jetzt mittlerweile zugemacht. Das heißt, meine Gebrauchtbuchsachen werden sich dann wahrscheinlich auch in Grenzen halten, weil, sagen wir es mal so, ich bin da, mein Elan hält sich da etwas in Grenzen, dann danach wirklich zu suchen. Also ich laufe nicht gerne auf Flohmärkten rum, ich stöber nicht so super gerne. Also es ist nicht sowas, was ich super gerne mache. Okay. Ja, ich hatte halt echt Glück in Quedlinburg mit der Büchercouch und da gab es halt auch ein richtig schönes Antiquariat. Und jetzt in Leipzig ist es richtig unnormal. Vom Hauptbahnhof auf den Weg zur Uni. Ja, das ist eine Straße, die du einfach nur gerade ausgehen musst, sind vier Antiquariate. Krass. Und man geht halt jedes Mal dran vorbei. Jedes Antiquariat hat eine Kiste mit deinen Eurobüchern vor der Tür stehen. Ja gut, okay, so gegeben, das würde mich wahrscheinlich auch schon reizen. Aber es ist halt, wenn das nicht verfügbar ist, ich wollte damit sagen, ich fahre jetzt nicht extra irgendwo hin, um das zu machen. Weißt du, was ich meine? Wenn es verfügbar irgendwie um die Ecke ist, dann klar, auf jeden Fall. Dann reizt es auch und dann sitzt man da natürlich irgendwie anderthalb Stunden und guckt da drin. Das mache dann auch ich. Aber wenn das nicht verfügbar ist, dann fahre ich nicht extra irgendwo hin und gucke das nach. Also jetzt mittlerweile beschränkt sich das auf, ich gehe ab und zu mal in den Bücherladen, gucke halt, was wird so ausstaffiert und was ist vielleicht so im Moment angesagt. Guck so, okay, gucke dann im Sci-Fi-Bereich, was ist da neu ist. Und weil viele Sachen kennt man auch mittlerweile schon, muss ich sagen. Also da sind ja, die verkaufen ja auch immer natürlich die Dauerbrenner und so und viele davon kennt man schon, wenn man im Bereich schon ein bisschen länger unterwegs ist und da weiß man schon, was mag man, was mag man nicht so gerne. Und dann guckt man eigentlich nur noch danach, was kenne ich noch nicht und ist das irgendwie spannend. Irgendwie immer die gleichen Nasen, die man dann sieht, ne? Also bei den Neuerscheinungen. Ja, ja, genau. Und das ist halt auch leider oft, muss ich sagen, irgendwie, ja, mittlerweile ist es sehr abklatscht. Also teilweise alles, was so Sci-Fi rauskommt, ist mittlerweile alles irgendwie so dystopisch und irgendwie apokalyptisch, irgendwie so in diese Richtung. Und halt diese Young Adult-Kram. Ja, das ist ja eine andere, ganz andere Show. Nee, die haben ja auch sehr viel Sci-Fi tatsächlich, ne? Also, muss man ja auch mal sagen, also hier Tribute von Panem und Meshwander und so, das sind ja alles dystopische, mit einem dystopischen Sci-Fi-Setting halt. Ja, stimmt. Also wir sind jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe dafür, ja, das auf jeden Fall. Aber das hat Science-Fiction, glaube ich, in der heutigen Jugend nochmal ein besseres Standbein gegeben. Das glaube ich auch. Ja, ey. Ich will alles, was den Sci-Fi nach vorne bringt, heutzutage, finde ich gut. Das Problem, was ich nur daran sehe, das habe ich auch schon öfter gesagt, ist, dass die Sachen, die international im englischen und im amerikanischen Markt besprochen werden, hier oft gar nicht erscheinen. Hier erscheint irgendwie nur das, was so, weiß ich nicht. Ich kann das nicht mal genau sagen, ich kann das nicht genau beschreiben, was halt wirklich rauskommt. Ich kann nur sagen, dass es eine Differenz zwischen dem gibt, was hier an Sci-Fi existiert und was da an Sci-Fi existiert. Und das ist eigentlich nicht gut. Ja, ich frage mich halt auch, also ich wohne ja und komme ja auch aus einem Gebiet der ehemaligen DDR und es gibt hier, also jedes Antiquariat, es gibt sehr viele alte DDR-Ausgaben von Science-Fiction-Büchern. Halt ganze Reihen, die dem gewidmet sind, dass der Verlag, das neue Berlin, hat halt eine eigene Sci-Fi-Reihe und es gibt halt wirklich, also es war populär, ja, in der DDR und auch in der UDSSR insgesamt. Also es waren alles ja nur osteuropäische Autoren, ja, aus Ungarn, aus Tschechien, aus Russland und so. Ich frage mich halt, was da passiert ist. So, weil du guckst in die Reihen und du siehst höchstens noch Dmitry Glukowski oder so oder hier Sergej Lukianenko. Lukianenko, genau. Ja, genau. Aber sonst halt irgendwie kaum osteuropäische Science-Fiction. So, weil sie kann von einem Tag aus dem anderen ausgelöscht worden sein. Auch die drei Sonnen zum Beispiel, was jetzt erst letztens rausgekommen oder was jetzt hier rauskommt, das ist 2006 schon in China erschienen. Das ist, das hat, das ist unglaublich populär gewesen, schon jahrelang. Also überhaupt, genau. Also auch nicht nur der Englischsprachige Markt, sondern halt auch generell international, auch Japanisch oder so. Es dauert ja immer richtig lang, also wenn es nicht gerade Murakami ist, dass die Bücher rauskommen. Ja, aber wenn es nicht gerade Murakami ist, dann, und der ist ja auch wirklich ein international bekannter Autor oder halt, sagen wir mal, die anderen Dauerbrenner, wie letztens der den Nobelpreis gewonnen hat, mir fällt sein Name gerade nicht ein, peinlich genug. Ja, dann werden die nicht veröffentlicht und das ist halt schon eigentlich nicht der Sinn der Sache, ne? Also, ja. Ist ein bisschen schade, dass das so ein bisschen eingeschränkt ist, aber es ging ja vor allem darum, wonach wir unsere Bücher aussuchen. Jetzt ist das so ein bisschen abgedriftet. Ja, stimmt. Aber danach würde ich dann auf jeden Fall, also diese alten Science-Fiction-Reihen, ich liebe jedes einzelne Cover davon und würde am liebsten alles kaufen, ohne Witz. Die sind halt alle richtig stylisch aufbereitet und sehen halt einfach ästhetisch sehr ansprechend aus, zumindest für mich. Ich muss sagen, ich bin auch heutzutage oft so abgeschreckt von diesen ganz modernen Covern, also dieses, je mehr Photoshop und digitales Zeug da drauf ist, desto abgeneigter bin ich, das zu kaufen. Also, ich gucke dann eher so nach den minimalistischeren Covern oder so und gucke so, was ist da drauf irgendwie. Manchmal gucke ich mir übrigens auch die Bücher mit den hässlichsten Covern an, nur um zu gucken, ob der Klappentext vielleicht ganz cool ist. Und ab und zu habe ich auch mal eins gekauft, wo dann das Buch ganz gut war und das Cover wirklich echt sehr, sehr hässlich. Das sind dann Ausnahmen, also Cover sieht gut aus, du guckst drauf, es spricht dich an, es ist irgendwie spannend, vor allem bei Sci-Fi muss es irgendwie spannend sein, finde ich, oder irgendwie einen Kniff haben. Ja, genau. Was ich gar nicht leiden kann, sind diese Klappentexte, wo so drei Sätze drin stehen irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. Er ging in die Vergangenheit, aber kommt er wieder zurück? Fragezeichen. So ein Scheiß halt, wo du dir einfach denkst, Alter, das hättest du ja jetzt auch sparen können. Ja. So, das ist bescheuert, oder Klappentexte, die dir halt die halbe Geschichte erzählen, wie den einen, den ich, ich weiß nicht mehr genau, welches Buch das war, aber das hat im Klappentext 60 Prozent des Buches, hier, die Hungrigen und die Satten. Ah, ja, genau. Das, was im Klappentext erzählt wird, das passiert bei 60 Prozent des Buches, das ist einfach scheiße. Das macht man nicht. Ich meine, klar, man muss die Zuschauer irgendwie ins Boot holen, aber man muss sie halt irgendwie auch ins Boot holen, ohne, dass man die Hälfte des Buches verrät. Ja. Klar, der Weg ist das Ziel, aber das war schon ein harter Spoiler. Ja, aber ich finde, also Cover sind auf jeden Fall, also für mich zumindest ein sehr großes Ausschlagkriterium, um das Buch überhaupt genauer zu inspizieren. So, wenn ich den Autor nicht kenne oder den Titel. Ja. Ja, um das Buch überhaupt wahrzunehmen quasi. Und das, ich finde das heutzutage auch echt schwierig, weil einfach so viel, so generisch aussieht. Egal in welchem Genre oder so. Ja, das finde ich auch irgendwie. Also bei Science Fiction ist das auch echt schlimm mit den aktuellen Covern. So, wenn du die Neuausgaben von Metro zum Beispiel siehst, wo einfach nur dieser Typ mit einer Gasmaske vorne drauf ist und du dir denkst, hä, also das alte Cover war halt richtig gut irgendwie. Ja, das hatte irgendwie so ein Merkmal, das hast du halt sofort gesehen, dass das das Metro-Ding war, aber jetzt mit der, weiß ich nicht. Also das bin ich auch kein Fan von. Ist genau wie mit den dunklen Turm-Dingern. Ja, die neuen Cover, genau, die finde ich auch nicht so geil. Die sehen zwar ganz hübsch aus, also ne, es ist wohl durchaus ganz hübsch gestaltet, aber die alten, diese Shiny-Cover, wie auch immer. Ja, die sind viel besser. Die sahen halt aus wie die glitzernden Karten bei Pokémon. So. Aber nicht nur, ich fand auch die Motive besser und generell die Stimmung insgesamt besser für die Buchreihe so. Ja, das hatte halt auch einfach ein Merkmal. Du wusstest halt alles klar, dass das der scheiß Dunkle-Turm, wenn denn irgendwo irgendeiner stehen hatte. Weißt du was ich meine? Das ist so. Genau. Ich finde, heutzutage kommt auch zu viel, zu oft neue Editionen raus, so dass man teilweise irgendwo hingeht, sich das Cover anguckt und denkt, hä, das wurde ja aber schon gelesen. Ja. Wie oft bringen die denn bitte neue Cover raus? Also ich finde, das ist echt, das machen die einfach zu oft. So. Ja. Und unnötigerweise halt teilweise auch, weil Ready Player One zum Beispiel auch neu. Also ich meine gut, der hat jetzt den Verlag gewechselt und so, kann ich verstehen, aber war auch unnötig, zumal es dann zwei Editionen gibt, einmal mit Filmcover und einmal ohne Filmcover. Ja. So, äh. Ja, obwohl, gut, ganz ehrlich, eigentlich kommen sie damit ja unseren Beschwerden nach. So, und dann kann man sich aussuchen, ob man das generische Filmcover haben will oder das vernünftige Cover. Filmcover sind so fürchterlich. Ja, Filmcover ist halt so, keine Ahnung. Die meisten Filmplakate sehen auch einfach nicht gut aus. Also heutzutage. Das ist zu meinen, dass so Ready Player One ging ja noch, aber es ist ja auch meistens der Film zum Buch und nicht das Buch zum Film. Das steht ja sowieso schon immer falsch da drauf. Ja, genau. Und dann ist es halt nun mal einfach falsch, oft das mit dem Filmplakat zu bewerten, weil ganz oft, ganz ehrlich, sehen die Leute auf den Plakaten gar nicht so aus, wie die Leute in den Büchern. Ja, das stimmt. Siehe, Dunkler Turm, siehe Ready Player One. Also, die sind alle verhollywoodet. So. Ja, auf jeden Fall. und das kommt gar nicht mehr der originalen Idee nach und deswegen ist es einfach falsch, das zu machen. Oft. Also, wenn es ein Filmcover ist, wo man jetzt nicht unbedingt den Protagonisten sieht oder sagen wir es mal, das, was abgebildet ist, auch durchaus zu dem geschriebenen passt, okay, aber, ich weiß es nicht, der Film ist halt das eine, ich würde doch auch nicht keinen Film rausbringen und dann das Buchcover da drauf drücken. Das wäre ein geiler Move. Ja, das wäre echt ein geiler Move, ne, aber das ist doch genau das, weißt du, das ist so, das macht man auch nicht. Das machst du dann einfach nicht. Das unterfragt man gar nicht so, ne. Ja, so, man muss was einfach umsehen, so, dann merkt man, wie lächerlich das eigentlich ist. Ja. Ja, klar, keine Ahnung, also man will ja dann, da ist man so, die Bücher sind halt heutzutage nicht mehr so das krass verbreitete zum Medium, wie auch immer, weil Filme und Videospiele und tausend andere Medien halt einfacher aufzunehmen sind als Lesen. Ich vermute auch, also ich glaube die Branche, also ich habe jetzt keine genauen Zahlen oder so und das nicht recherchiert, aber ich vermute mal, dass die Unterhaltungsbranche insgesamt, dass die Bücher halt da deutlich abgeschlagener sind als, also im Vergleich zu Videospielen und Filmen zum Beispiel. Ach, klar, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Einfach dadurch, dass halt auch von Büchern ja nicht so viel konsumiert werden kann, weißt du, Filme und Videospiele kannst du viel mehr konsumieren als Filme. Ach, als Bücher. Mann, Bücher. Komm schon ganz durcheinander hier. Ja, genau, weil, keine Ahnung, du für ein Buch brauchst du halt so zwei, drei Wochen, je nachdem, wie viel du liest, klar, also jemand, der halt viel liest, aber derjenige ist halt nicht jemand, der als normaler Konsument anbetrachtet wird, das ist genau wie in Videospielen, sondern jemand, der sich fünf Spiele im Monat kauft, ist kein normaler Konsument. Also, aber für ein Spiel bezahlst du 60 Euro, für ein Film bezahlst du 20 Euro und für ein Buch bezahlst du 10. da ist auch schon wieder der Unterschied. Also, und ein Film, ganz ehrlich, wie schnell hast du einen Film konsumiert? Ja. Den guckst du an einem Abend durch, dann kaufst du am nächsten Tag den nächsten Film, verstehst du, was ich meine? Naja, genau. Da ist, also Filme und auch Musik zum Beispiel, die konsumieren, das sind alles, die Konsumarten sind ja viel schneller, lesen dauert einfach. Und vor allen Dingen für normale Konsumenten, die brauchen einfach ihre Zeit, um ein Buch durchzulesen, weil man sich auch dafür Zeit nehmen will. Weil, einen Film guckst du nebenher, dann guckst du den nochmal, guckst du eine Passage nochmal, hast du irgendwas verpasst, scheiß drauf, ne? Aber, bei einem Buch, so musst du dich ja auch wirklich hinsetzen und konzentrieren und so. Wenn du das dann schon machst, dann lohnt sich es ja eigentlich auch, das dann vernünftig zu machen. Mhm. Aber, um nochmal kurz zum Thema zurückzukommen, spielt das für dich denn zum Beispiel eine Rolle, ob, also, wenn ein Film rauskommt, kaufst du dir denn gezielt das Buch? Also, ist das schon mal vorgekommen? Weil, das kann ja auch durchaus ein entscheidender Faktor sein, für viele Leute. Ist bisher noch nicht passiert. Okay, bei mir, also, bei mir ist das so gezielt, so gezielt ist das bei mir, glaube ich, auch noch nicht vorgekommen. Ne, also, entweder hatte ich das Buch schon gelesen, oder ich hab dann den Trailer zum Film gesehen, und dann gesehen, dazu gibt's ein Buch, und dann erst das Buch gelesen, vor dem Film. Mhm. Aber, erst den Film geguckt, und danach das Buch gelesen, hab ich, glaube ich, noch nie. Oh, okay, krass. doch, Herr der Ringe. Ich guck eigentlich immer lieber den Film, bevor ich das Buch lese. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ja gut, okay, das Buch, der Film versaut das Buch eher nicht, aber das Buch kann einem den Film versauen, ne? Ja, genau, also, also, der Film ist in den seltensten Fällen besser als das Buch, und, also, das Buch bietet dir halt einfach, glaube ich, aber trotzdem in jedem Fall mehr. Ist ja, ist ja logisch, oder es ist ja einfach dem Medium geschuldet. Ja, klar. Und, deswegen lese ich halt einfach das Buch lieber, aber, also, bei mir ist das jetzt, glaube ich, auch noch nicht gezielt so vorgekommen, dass ich einen Film gesehen habe und dann das Buch gekauft habe. So, das war meistens einfach nur Zufall, dass ich dann das Buch gesehen habe oder so und das dann mitgenommen habe, so ungefähr, weil ich die Filme kannte. Ja, okay, ja. Genau, aber ich finde das, ich finde die, die vergleiche immer sehr spannend zu sehen, wie jemand ein Buch umgesetzt hat. Also, ich finde, es gibt durchaus Fälle, bei denen die Filme besser sind als die Bücher. Ich finde, also, bei Shining zum Beispiel ist es so ein Grenzfall. Ich finde den Film eigentlich fast noch besser, muss ich jetzt sagen, aber ich habe jetzt neulich wieder das Hörbuch angefangen von Shining und das Buch ist einfach so brillant, ey. Ja, das Buch ist richtig gut. der Film ist aber auch gut halt. Ich finde eigentlich fast noch besser, dass die ganzen Danny-Sachen da rausgestrichen sind aus dem Film. Dadurch kriegst du halt einfach eine völlig andere Perspektive zu diesem Werk. und beides hat seine Berechtigung, finde ich. Ja. In dem Fall. Hat's auf jeden Fall. Also, ich fand auch bei dem Film einfach, ich weiß ich nicht, der ist von der Stimmung halt einfach richtig gut umgesetzt. Und dass er sich halt auf Jack konzentriert. In diesem verschneiten Hotel ist da einfach so gut drin verpackt. Man fühlt sich selber komplett eingesperrt irgendwann. Ja, genau. Und der Fokus liegt da ja wirklich auf Jack und nicht auf Danny. Also, in dem Buch ist es ja tatsächlich mehr aus der Perspektive des Kindes so. Und fand ich spannend, das mal wieder so. Das ist eine andere Art von Horror halt. Ich glaube, das funktioniert im Buch halt einfach besser. Ja, das glaube ich auch. Und im Film siehst du halt eher, wie der Jack verrückt wird halt eigentlich. Du siehst ja eher so die Origin-Story von dem, wie der so wie der so abdreht halt langsam. Ja, ja. Und dann wird es halt krass, ne? Weil er dann halt ausrastet. Ja, finde ich sehr spannend, Bücher zu verfilmen. Oder Hitchcock hat auch so ein sehr interessantes Ding. Der hat irgendwie das Buch einmal gelesen und danach so ungefähr den Inhalt vergessen und nur aufgrund der Prämisse so ein eigenes Ding rausgemacht. Ja, also, eigentlich alle Hitchcock-Filme basieren ja auf irgendwelchen Büchern. Ist halt ein sehr spannendes Konzept, da würde sich auch keiner beschweren. Ja, ich finde auch den Vergleich zu Psycho, dem Buch und dem Film hochspannend. Weil das Buch auf jeden Fall auch richtig gute Momente hat und auch sehr krass geschrieben ist. Aber der Film halt einfach irgendwie viel tiefer geht, was die Charaktere angeht. Also gerade Norman Bates, finde ich, ist viel spannender zu analysieren anhand des Films als anhand des Buches. Weil das da ein bisschen zu platt ist und zu schon zu viel gesagt wird im Prinzip. Ah, okay. Genau. Ja. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir, glaube ich, insgesamt ein bisschen zu sehr vom Thema. Wir sind immer so dermaßen abgeschwiffen. Abgeschwuft. Ja. Oh mein Gott. Ja, muss auch mal sein. Merkst du das, Tim, wie die Qualität abnimmt, wenn Kelly nicht da ist? Naja, wir brauchen jemanden, der uns in den Zaum hält, ja. Ja, ist echt so. Jungs unter sich, ganz schlimm. Egal. So, wir haben jetzt, glaube ich, die Leitfrage nicht so super beantwortet. Wir benennen das Folgeplänkel einfach um in... Ja, so ein bisschen haben wir das ja beantwortet. Bücher allerlei, keine Ahnung. Es geht nur noch um sehr viel anderes. Ja, Bücher allerlei. Wir haben einfach so alles durchgelabert, so. Über was ist so ein Sci-Fi, keine Ahnung, ja. Ja, aber wir haben so, doch klar, wir haben natürlich die Frage so ein bisschen beantwortet. Und ja, einfach was uns anspricht im Endeffekt. Ja, genau, genau. Und damit wäre das schon beantwortet, so. Nach 30 Minuten. Guck mal, da waren wir richtig fix. Ja. Wow. Wie schnell wir unsere Themen mal abarbeiten. Ist ja Wahnsinn, ne? Ja gut, ganz ehrlich, Podcasts sind, also, ich meine, das Format ist ja dafür da, dass wir rumlabern. Ja, das stimmt. Dann echauffiere uns doch mal dein erstes Buch, Tim. Ich will mich darüber zum Glück nicht echauffieren, sondern das wärmstens jeden Land herzlegen. Das erste Buch, was ich heute vorstelle, ist Wenn nicht jetzt, wann dann? Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen. Von Harald Lesch und Klaus Kamphausen. Harald Lesch kennt man vielleicht, der geliegene Bildungsbürger, Fernsehzuschauer. Also Harald Lesch ist Astrophysiker, arbeitet in München an der Universität und hat auch da einen Lehrauftrag für Naturphilosophie. Sehr spannende Kombination, wie ich finde. Und, also mit einem Schwerpunkt auf Schwarze Löcher und Sternbetrachtung und sowas. Sehr spannende Thema auf jeden Fall. Man kennt ihn vielleicht aus Alpha Centauri, hat er jahrelang moderiert und Leschs Kosmos danach und mittlerweile Terra X moderiert er auch und moderiert auch einen sehr schönen YouTube-Kanal. Terra X, Lesch und Co. heißt er, glaube ich. Ja, man kennt ihn, glaube ich, auf jeden Fall. Also jemand, der so ein bisschen in der wissenschaftlichen Ecke des Öffentlich-Rechtlichen rumrennt, dann hat man den schon mal gesehen. Ja, und ich mag ihn unglaublich gerne. Ich gucke, ich liebe seine Videos. Er hat einfach eine unglaublich, unglaublich angenehme Art, Sachen zu erklären und einem komplexe, ja, Zusammenhänge begreiflich zu machen. Also egal, wie komplex es auch ist. Ja, ob es jetzt Trinktheorie ist oder Schrödingers Katze oder Quantenmechanik und so macht er oder schlüsselt er alles unglaublich gut auf, finde ich. Und genau, der Naturphilosophie-Part ist nämlich auch ein essentielles Thema, weil man einfach merkt, wie er irgendwie in allen Bereichen sich auskennt. Und das merkt man halt auch in diesem Buch. Es geht, also im Prinzip ist das eine Fortsetzung von dem Vorgängerbuch, das da heißt, da, die Menschheit schafft sich ab, die Erde im Begriff, im Griff des Anthropozän. Ist das eine Anspielung? Warum? Auf dieses Thilo Sarrazin-Buch? Oh, ja. Weiß ich gar nicht. Müsste mal jetzt gucken, was zuerst rausgekommen ist, ne? Ja, das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre alt. Jedenfalls behandeln die da eher so die wissenschaftlichen Fakten, was mit der Welt verkehrt läuft quasi und bieten wenig Lösungsansätze. Was ja auch okay ist. Also man muss ja auch erst mal das Problem begreifen, bevor man über Lösungen nachdenken kann. Und die Lösungen bieten die im Prinzip mit dem Buch. Also sie zeigen auch gleichzeitig ja eine Erneuerung von dem, was falsch gelaufen ist und bieten halt sehr komplexe Lösungsansätze auf. Und das ist eigentlich ein Buch, was an so ziemlich jeden gerichtet ist. Also nicht nur jeden Bürger, was er gegen den Klimawandel tun kann, sondern auch an die Politik und an die Wirtschaft und eigentlich so ziemlich jeden gesellschaftlichen Bereich, für jeden Einzelnen ist dieses Buch eigentlich relevant. Also der Titel sagt es ja eigentlich schon, dass Handlungsweisen aufgezeigt werden, wie man den Klimawandel verhindern kann und alles, all die Folgen, die da mitkommen. Und das Ganze ist sehr spannend. Also der Schreibstil ist halt sehr schön und gut verständlich, so wie Harald Lesch-Videos halt auch. Also das jetzt nicht irgendwie so hoch wissenschaftliche Essay, den keiner versteht, sondern das Ganze also auch komplex, aber ja, gut verständlich. Verständlich für den Allgemeinbürger verfasst, sodass man das auch verstehen kann, ohne ein Physikstudium abgeschlossen zu haben. Genau, es ist auch, es wird auch sehr viel erklärt, sehr viele Begriffe und man kriegt einfach einen sehr guten Zugang zu dem Buch und das Buch fängt quasi damit an, dass sie eine Grundlage dafür schaffen, in die Zukunft gedacht, wie man die Welt besser machen kann. Und zwar, dass die Politik quasi den Leuten gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als umweltbewusst zu kaufen. Ja, also im Prinzip, dass Leute, die keine Zeit dafür haben, in Anführungsstrichen, um sich mit der Umwelt zu beschäftigen und sowas, dass denen halt, dass die in den Supermarkt gehen und einfach was Biologisches oder, ja, was Korrektes halt einfach nur kaufen können. Ja, also, dass ihnen keine andere Auswahl gegeben wird von etwas schädlichem. Ich verstehe schon, was du meinst, dass einfach politisch verboten wird zum Beispiel, dass Massentierhaltung praktiziert wird. Ja, so ungefähr. Oder, dass, genau, dass alles ethisch und biologisch vernünftig vertretbar ist, so, dass eine nachhaltige Ökologie bildet. So meinst du das, ne? Also, ja, genau so ist das das Einzige, wie es funktionieren würde. Genau das, ja. Ja, absolut. Die Leute von selber machen das doch ganz bestimmt nicht. Die wenigsten zumindest, ja. Ey, ich bin ja jetzt mal ganz ehrlich, ich würde selber auch nicht, wenn ich das Fleisch im Supermarkt sehe, ob das jetzt, wenn das jetzt 1,50 Euro kostet, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Essen kostet. Ja, ja. Sagen wir mal, das Fleisch kostet irgendwie 4 Euro, weißt du? Und das andere ist daneben, ist bio und kostet 7 Euro. Dann kaufe ich das billige. Ja, definitiv. Und zwar nicht, weil es mir egal ist, sondern einfach, weil ich in dieser Sekunde ja die Ethik Nummer 1 nicht vor Augen habe und, ja, weil ich so viel Geld nicht habe. So. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, dann könnte ich halt vielleicht nicht so auch Fleisch essen mit meinen finanziellen Möglichkeiten, aber so ist das Leben halt. Also, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, sorry, ich wollte da nicht so einen Teufel reden. Da spielen ja auch noch so Sachen wie Grundeinkommen und so eine Rolle, ja. Also, die für die Gesellschaft eigentlich nur positive Auswirkungen haben können und generell für die gesamte Umwelt, wenn es danach geht. Und genau, das ist so das Fundament, auf dem die weitere Argumentation aufgebaut wird. und sie zeigen sehr viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche auf. Es geht, also, der Fokus ist wirklich auf den Klimawandel gelegt, was ja wirklich, ja, das Kernproblem der heutigen Welt ist im Prinzip, von dem alles abkommt so ungefähr. Unser Weiterbestand sozusagen. Ja, genau. Und es geht im Prinzip in alle Bereiche so. Es geht um Flughäfen, ja, wie Flugemissionen verringert werden können, auch wenn das sehr schwierig ist. Die zeigen da ein sehr interessantes Beispiel auf und zwar der Flughafen Frankfurt ist der größte und der meist befahrene Flughafen in Deutschland und einer der größten in Europa. Und die Mehrheit gehört dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt. So, und die sind ja eigentlich in der Position, um Auflagen machen zu können. Ja, was, naja, CO2-Emissionen angeht und die Reduktion davon. Passiert aber nicht, weil die ja Umsatz brauchen. Ist ja klar, es geht so. Ja, klar. Geht immer um Kohle. Ja, genau. Das ist der Kern des ganzen Problems. Das ist, dass nicht an die Verbrauchungen sondern an die Investoren. Ja, das Buch ist wirklich im besten Sinne des Wortes antikapitalistisch. Ohne jetzt irgendwie ihn mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern eigentlich eher. Er zeigt halt einfach, also Kapitalismus hat durchaus seine Vorteile. Also, ich würde nicht sagen, dass Harald Lash komplett antikapitalistisch ist und jetzt den Kommunismus will. Nein. Überhaupt nicht. So, er argumentiert einfach sehr gut die Schwächen und die Probleme des Kapitalismus und wie sie halt zum Klimawandel beitragen oder beziehungsweise den überhaupt möglich gemacht haben. Ja. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist halt die CO2-Emission in Form von Kohlekraftwerken. Was wirklich ein sehr großes Problem ist, vor allem in Deutschland. Die zeigen da halt eine schöne Statistik und zwar eine CO2-Steuer. Gibt es in sehr vielen europäischen Ländern und Schweden oder in Finnland war es glaube ich, haben eine CO2-Steuer von ungefähr 60 Euro pro Tonne CO2, die in die Atmosphäre gegeben wird. In Deutschland sind es ungefähr drei bis sechs Euro pro Tonne. Das ist ja nichts. Ja, und denn es ist halt auch kein Wunder, dass es Kohlekraftwerke noch gibt. Ja, weil die sich halt immer noch finanzieren können. Was halt unglaublich ist. Heutzutage. Ein Autohersteller auf sowas wie Umweltscheißen halt auch, ne? Obwohl sie es halt schon seit Jahren besser machen könnten, wenn sie wollten. Ja, eben. Und dann kommen halt so Leute wie Trump, die von Clean Coal sprechen. wo man sich fragt, what the fuck? Es gibt keine saubere Kohle. Also, das ist ein Widerspruch in sich. Klar, Tim. Die, die in Amerika, wenn du die verbrennst, dann passiert da nichts. Nein, dann kommt da einfach nur heiße Luft raus. Ja. Sauerstoff, Tim. Wenn du die verbrennst. Ja, genau. Das ist wie Bäume. Ja. Und ja, also es geht da noch sehr viel um das Klimaabkommen von Paris, um die Agenda 2030, die halt, also generell so die ganzen Umweltagendas, die Erhitzung der Erdtemperatur halt senken sollen und also Minimum zumindest und halt den CO2-Gehalt innerhalb von Deutschland und der ganzen Welt halt so gering wie möglich halten soll. Ja. Und das wird alles sehr aufschlussreich und sehr logisch erklärt. Es gibt sehr viele Interviews, aber auch zu verschiedenen Themen wieder. Also es gibt mit dem Vorstand von Fairtrade Deutschland zum Beispiel, die halt erklärt, warum man Fairtrade kaufen sollte. Also warum es Sinn macht, zumindest Fairtrade zu kaufen. Und das ist wirklich, dass da ein gutes Konzept hinter steckt, das auch kontrolliert wird und geprüft wird und das auch dauerhaft. Also würde jetzt zu weit gehen, das alles auszuführen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also es ist auf jeden Fall immer so ein breites Spätrum, was die Probleme der momentanen Gesellschaft und ökologisch beleuchtet. Genau, es ist sehr aktuell. Ich weiß nicht genau, wann es geschrieben wurde. Es ist im September 2018 rausgekommen und es gibt noch so Beispiele in dem Buch, die so bis zum März, Februar 2018 ungefähr gehen. Also es ist wirklich ziemlich nah am Puls der Zeit und am aktuellen Stand der Wissenschaft und generell der Weltpolitik, was ja auch sehr wichtig ist, weil sich so vieles ändert heutzutage und so schnell vor allem geändert werden kann. Ja, genau. Teilweise, was Monate vorher rauskommt, ist dann teilweise ja, genau. Und schon nicht mehr aktuell. Ja. Und ja, das, also ich kann gar nicht genug Inhalt von diesem Buch eigentlich sagen, weil da steckt so viel drin, ja. Ohne Witz. Also jedes Kapitel ist so spannend und halt so sinnvoll und macht so viel Sinn und es regt einen gleichzeitig so krass auf, wie das einfach falsch laufen kann. So, dass es überhaupt dazu kommen musste, dass wir jetzt hier sind, ja, mit der erhöhten Temperatur, mit den Schmelzen der Pole und die Erhöhung des Meeresspiegels, dass es überhaupt dazu kommen konnte, ist eigentlich ein Unding, weil schon seit so vielen Jahrzehnten gewarnt wird davor. also, es hat in den 50er Jahren angefangen, wirklich, und es interessiert einfach keinen. Nee, es hat bis in die 90er gar keinen interessiert. Ja, genau, so, und selbst heute ist das noch kritisch. So, selbst, ohne Witz, die aktuelle Softback-Staffel, ja, ich muss mal kurz abschweifen, da geht es wieder um Al Gore. So, und wer sich noch an Al Gore erinnern kann, ja, der war Präsidentschaftskandidat in Amerika gegen George Bush und war halt sehr, sehr für, für den Klimaschutz und hat sich sehr stark dafür eingesetzt. Und Softback hat, eine unbequeme Wahrheit, wem das vielleicht versagt. Genau, und Softback hat sich, hat ihn hart verarscht mit dem Man-Bear-Pick, wer sich daran vielleicht noch erinnern kann, das sind sehr absurde Folgen. Der Schweinebeermann. Ja, genau, und der ist jetzt in den letzten beiden Folgen der aktuellen Staffel wieder aufgetreten. Und in Form von Kyle entschuldigt sich Softback quasi dafür, das nicht ernst genommen zu haben. Und das ist so ziemlich das erste Mal in der Geschichte von Softback, dass die sich für irgendwas entschuldigen, was die gemacht haben jemals. Witzig, die entschuldigen sich dafür. Im Prinzip, ja, genau, also die entschuldigen sich bei Al Gore dafür, dass sie ihn nicht ernst genommen haben. Und Kyle gilt ja so als die Stimme der Vernunft und die Stimme von Trey Parker und Matt Stone, die Schöpfer der Serie. Also das ist selbst in den Zaufpark durchgedrungen ist mittlerweile, ja. Krass. Das finde ich lustig so. Entschuldigung, dass wir uns damals darüber lustig gemacht haben, dass du eigentlich eine gute Sache unterstützt hast. Ja. Ja, umso verrückt man muss man auch haben, sich dann zu entschuldigen. Ja, ist echt so. Und das hätte halt alles anders laufen können, wenn Al Gore Präsident gewesen wäre. Ja, also die, ganz Amerika wäre halt anders geworden. Ja. Weil er halt einfach alle Klimaregulierung durchgedrückt hatte schon vor 18 Jahren. Ja, es wird ja immer auch schlimmer. Ich meine, Obama hat ja wenigstens so ein paar Sachen unterschrieben und jetzt ist ja Trump, der hat ja wieder direkt alles gecancelt. Ja, genau. Das war ja das Pariser Klimaabkommen, wo er jetzt ausgetreten ist, was ja erst, also der Austritt kann erst nächstes Jahr beantragt werden und 2020 wird in der Wirtschaft gegeben. Also es ist noch Zeit und bis dahin ist ja auch wieder eine neue Präsidentschaftswahl. Also das heißt, es ist noch nicht alles verloren, ja, also nur weil die USA jetzt sagt, dass sie austreten. dass wenn ein Vollidioten Orange, Kapo, Spacko da rausfliegt, dass dann der Nächste vielleicht was Vernünftiges sagt, ja, das wäre wenigstens noch was. Ja, genau. Also. Immerhin. Ja, genau. Also die Zusammenfassung hat sich jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander angehört, das Buch ist, aber es ist halt, es ist halt viel zu komplex und das irgendwie in 15 Minuten runterzubrechen. Ohne Witz, also. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also es ist halt, es geht um aktuelle Problematik und da ist ja, da kann man ja viel drüber schreiben, so. Also ich meine, ja, und das, ja, und das wirklich sehr radikal und ohne Blatt vor den Mund genommen, halt beschrieben. Also er sagt halt im Prinzip einfach, wie es ist und was man machen kann und er gibt wirklich sinnvolle Vorschläge und er plädiert auch sehr oft darauf, dass, ähm, dass auch, äh, dabei Fehler gemacht werden können. Ja, also, dass die Leute halt erwarten, dass es einen festen Plan gibt, der fehlerfrei funktionieren muss, um überhaupt irgendwas machen zu können, ist halt völliger Quatsch. So, man muss halt Sachen ausprobieren. Es müssen Fehler gemacht werden, aus denen gelernt werden muss und, äh, um, um dann halt Sachen besser zu machen. So, und das ist im Prinzip genau der gleiche Gedanke, dass, äh, nur weil das Individuum, also, weil ich persönlich nicht alles machen kann, heißt es nicht, dass ich gar nichts machen kann, ja, und, äh, selbst Kleinigkeiten helfen dabei, ähm, das große Ganze zu bewirken. Und das Buch hat 368 Seiten. Ähm, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen wenig an, beziehungsweise durchschnittlich. Es sind, also, das Buch ist aber relativ groß. Ja, also, es, äh, also, die Seiten sind einfach größer. Also, 368 Seiten werden aber in einem normalen Taschenbuch wahrscheinlich ein paar mehr, so mehr zu das Jahr. Ja, genau, genau. Okay. Und, äh, es sind sehr viele Statistiken, sehr viele, ja, Randinformationen und, also, es gibt halt, da werden tatsächlich Sachen aufgezeigt, die man halt selber machen kann, so ungefähr. Wenn man einen Flug bucht, dass man, ähm, ja, CO2-Emissionen quasi damit, naja, ausgleicht, dass man eine Spende macht an eine Firma, die dafür halt Bäume pflanzt, zum Beispiel. Also, das ist halt kein direkter Ausgleich, weil das CO2 wird dadurch nicht weniger, aber dadurch pflanzt halt immer in Bäume, so ungefähr. Ähm, ja, immerhin. Also, irgendwo muss der Ansatz gemacht werden, ja. Und, äh, weil bis es irgendwie genug nachhaltige Energie gibt und, äh, genug, ja, weiß ich nicht, elektrische Fahrzeuge und, weiß ich nicht, solarbetriebene Flugzeuge, muss man sich halt irgendwie anders behelfen, ja. Und, also, solche Sachen werden einem halt aufgezeigt, mit Links zu Internetseiten, mit Interviews, mit den Leuten und, äh, Also auch belegt auf jeden Fall. Ja, genau. Es ist alles wissenschaftlich fundiert. Okay, gut. Äh, alles belegt, alles wissenschaftlich fundiert und, äh, extrem hochwertig beschrieben und, also, ich finde, das ist vielleicht eines der wichtigsten Bücher, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, so überhaupt insgesamt gesellschaftlich gesehen. Was es halt auf diesen, ja, über 300 Seiten zu lesen gibt, äh, hilft einem wirklich insgesamt weiter. Wenn es einfach jeder lesen würde, wäre die Welt, glaube ich, eine bessere. und, äh, der Fortschritt würde halt schneller gehen. So, es ist halt, es tut wirklich ein bisschen weh, dieses Buch zu lesen, um direkt vor Augen ein Gefühl zu bekommen, in welchem Zustand sich die Welt befindet. Und dass es theoretisch Lösungen gibt, aber keiner sie durchsetzt und diese Lösungen ja eigentlich auch schon seit mehr als 20 Jahren teilweise existieren. Ja, aber es gibt, ja, trotzdem Lichtblicke, ja, dass die Grünen in Bayern, äh, so viel in den Landtag bekommen haben, ist sehr gut und, äh, überhaupt das, also es gibt wieder Aufschwung in Deutschland, würde ich mal sagen, ähm, und ein Klimabewusstsein auch innerhalb der Jugend gerade, was sehr gut ist und ich bin auf die nächsten Landtags- und Bundestagswahlen gespannt auf jeden Fall, weil sich, glaube ich, einiges ändern wird. Ich hoffe zumindest, dass sich einiges ändern wird. Wäre schön. Ja, so, das, äh, Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen, ist im Pinguin-Verlag erschienen und kostet 29 Euro, ist gebunden, ja, ähm, ähm, ah, okay. Und, aber auch farbig bedruckt und so und, äh, es wurde natürlich auch ein besonderes Druckverfahren benutzt, weil, äh, das Buch muss ja immer konsequent sein und, äh, das ist mit den sogenannten Cradle-to-Crate-Verfahren auf, äh, ökologisch feinstem Papier gedruckt. 100% recycelbar alles, das gesamte Buch. Oh, okay. Genau, in Österreich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt, also, sehr konsequent, das Ganze. Da lohnt sich der Preis von 30 Euro wenigstens, Ja, ja, genau. Da trägt man auch was dazu bei wenigstens, meinst du? Ja, genau, also, überhaupt, das Buch lohnt sich auf jeden Fall für jeden Einzelnen. Ähm, ich kann das eigentlich echt nur jedem bedingungslos empfehlen. Das Kindle kostet 24,99, glaube ich, oder 25 Euro glatt und kommt bestimmt auch nochmal das Taschenbuch raus und so. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. es ist wert, das zu lesen. Es ist ein sehr wichtiges Buch und, ja, Harald Lash ist hier ein ganz großer Wurf gelungen. Ja, klingt doch interessant. Jo. Auf jeden Fall. So, das war's. Von einem interessanten Buch zu einem anderen interessanten Buch, auch wenn meins nicht dieselbe Prämisse hatte, sondern eine gänzlich andere. Und zwar, mein Buch heißt Dodgers von Bill Beverly. Leute, die uns am Instagram-Account folgen, werden das wahrscheinlich schon gesehen haben, dass ich das lese. und da, da war ich schon etwas länger drauf gespannt, ist im Diogenes Verlag erschienen, schon mal zu Anfang, kostet 24 Euro und hat ungefähr 400 Seiten, also ist durchaus ein bisschen länger, hab mir ein bisschen länger was von. Also, aber angenehm zu lesen auf jeden Fall, aber komme ich ja gleich noch zu. Habe ich als Rezensionsexemplar gekriegt, hat mich nämlich angesprochen, habe ich bei anderen Leuten gesehen und ich fand der Klappentext ziemlich interessant und deswegen habe ich mir das Ganze bestellt und vielen Dank an der Stelle dem Verlag für die Sendung des Buches. So, und ja, Dodgers, worum geht's? Es geht um ein paar Jugendliche, vornehmlich East, unseren Protagonisten, einen 15-jährigen Jungen, der in seinem jungen Leben schon ziemlich schlimme Sachen durchmachen musste, er wohnt in L.A. in einem Vorort namens The Boxes, ein Sozialbrennpunkt könnte man sagen, würde man heute nennen, damals nannte man das wahrscheinlich einfach Ghetto, wie man sich das so vorstellt, in den USA natürlich auch ein bisschen heftiger als hier, also was hier als Sozialbrennpunkt gilt, ist da ein netter Vorort. Und ja, East, um den geht's, ja, wie gesagt 15 und seines Berufs Türsteher könnte man sagen, also er passt auf draußen vor einem Crackhaus, er steht mit seinen Jungs da, also er ist Chef dieser Truppe, die besteht so aus 5, 12 bis 14-Jährigen und er ist da so der Chef und passt halt auf, dass die Bullen nicht kommen und passt halt auf, dass das Crackhaus sicher ist. Und ja, schon mal nicht so die ehrenwerteste Arbeit, aber für ihn halt schon eigentlich ziemlich gut, weil er in seinem Stand halt aufgestiegen ist schon, also es ist schon eine ziemlich hohe Position für jemanden in seinem Alter, dass er da arbeiten darf. Und sein Boss Finn, das ist so der Leiter dieser Organisation, der ist halt sein Onkel. Deswegen ist das so ein bisschen, ja, er bewacht halt das Crackhaus und sein Vorgesetzter Sidney, der bewacht das Haus selbst und ja, er steht halt den Tag vor diesem Haus rum und ja, es fängt an, an einem Tag, die Geschichte und der Tag ist schon irgendwie sehr hektisch. Irgendwie fahren da die ganze Zeit Krankenwagen rum und irgendwas brennt da und dann fährt die Feuerwehr da noch lang. Also es ist alles ein bisschen hektisch, also viel drauf zu achten, wenn man halt darauf achten muss, dass die Polizei kommt oder halt, wie gesagt, das Crackhaus schützen soll. So und zu allem Überfluss steht halt auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein junges Mädchen, die Ball spielt mit ihren Cousins irgendwie und die kommt halt aus einer ganz anderen Stadt und kennt das da auch nicht und so dieses ganze LA und Ghetto-Zeugs und so, das ist hier halt alles fremd und sie findet das ja interessant, Kinder sind da ja eher nicht so ängstlich, was sowas angeht und ja, überquert halt die Straße und läuft halt zu ihm hin und labert ihn halt voll, ob das ein Crackhaus wäre und bla und er sagt, sie soll halt gehen und in dieser Sekunde hört East halt Polizeisirenen und fragt halt seinen Aufpasser und von dem hört er halt nichts mehr, ne, also so als wäre er vielleicht festgenommen worden oder könnte halt nicht mehr antworten, also hat schon einen Grund, dass die nicht antworten. Ja. Er macht daraufhin ganz schnell das Crackhaus dicht und sagt halt seinem Vorgesetzten hier, du musst alle schnell rausschleusen und so und ja, die Polizei stellt sich dann vor dem Laden auf relativ schnell und es gibt einen Schusswechsel zwischen dem Haus und der Polizei und East bringt sich in Deckung und das Mädchen ist halt einfach so schockiert von diesem ganzen Tramram-To-Wa-Bohu, was da abgeht, dass sie sich halt gar nicht bewegt und dann wird sie erschossen. Okay. Und East sieht sie halt an, während sie stirbt so und das ist halt sowas, was sich halt schon ziemlich heftig bei ihm einprägt, weil er ihr halt auch oft gesagt hat, sie soll sich ducken und so, also er hat ihr öfter zugerufen, so ne, komm jetzt her in Deckung und keine Ahnung was und sie hat halt nicht reagiert und dann, ja, tot. East kann halt entkommen, aber die ganze Organisation ist natürlich jetzt zerrüttet, auf jeden Fall von diesen, von der Razzia auf jeden Fall angeschlagen und sein Oberboss, Onkel, wie auch immer, Finn, also der soll mit drei anderen Jugendlichen quer durch die USA fahren, um Auftragsmord zu erledigen. Darunter ist sein Bruder namens Tai, der ist zwei Jahre jünger, zu dem komme ich gleich nochmal ein bisschen, der ist komplett verrückt und ist Auftragskiller, also der erschießt die Leute. Okay. Der ist 13. Klar. Und ja, auf jeden Fall ziemlich übel und ein anderer namens Walter, so ein dicker Nerd, der halt, ja, eigentlich aus einem Vorort kommt und, ja, eigentlich Mittelklasse, so der da eher so reingerutscht ist, um Geld zu machen und nicht, weil er aus dem Milieu wirklich kommt und Michael Wilson auch eigentlich ein, jemand, der nicht aus diesem Milieu kommt und der da so als Aufpasser dienen soll. Der ist schon 18 oder so und darf als, oder 17 und darf als einziger wirklich auch Auto fahren und ja, die machen sich halt dann zusammen auf den Weg quer durch die USA und bekommen halt Dodgers Shirts angezogen. Deswegen werden, wird das Buch auch Dodgers heißen, weil sie halt immer mit den Dodgers Shirts durch die Gegend fahren und ja, bevor die Loh aufbrechen, ist auf jeden Fall East nochmal kurz zu Hause und da merkt man so an seiner, ja, er ist bei seiner Mutter und seine Mutter ist anscheinend Alkoholabhängig und bekommt halt so gar nichts hin, also das Haus sieht aus wie, sieht schlimm aus, so, sie hat ihm Rührei gemacht, da ist aber überall Eierschale drin, also, kann ihre Kinder nicht so toll versorgen, sagen wir es auf jeden Fall so und East und sein Bruder Tai wohnen beide auch schon seit mehreren Jahren nicht mehr zu Hause. Also Tai ist irgendwann, sein Bruder ist irgendwann mit elf Jahren einfach irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen und hat sich da seitdem auch nicht mehr so oft blicken lassen und da sieht man schon so das Verhältnis, also diese kommen schon aus ziemlich prekären Verhältnissen, wie man das heute politisch deutsch sagen würde. Ja, sie machen sich zumindest auf den Weg und sie fahren von L.A. nach Wisconsin und das ist halt einmal so quer durch. Ja. Auf dem Weg kommen sie durch Nevada bei Las Vegas vorbei und der Aufpasser Michael Wilson hält an, um mit denen eine Runde spielen zu gehen und da East findet das schon so richtig schlecht. Also East ist eher so ein ruhiger, entspannter, weißt du, der will so seinen Job durchziehen und alles entspannt machen, so weißt du, also eher professionell unterwegs und auch eher ruhig und fokussiert. und denen stört das natürlich komplett, dass sie da jetzt anhalten und, aber Michael Wilson setzt sich halt durch, weil er ist nun mal der Ältere und der, der aufpassen soll. Zumindest versuchen sie dann im Casino irgendwie Tickets zu bekommen oder Chips und fliegen kurze Zeit später auf, dass sie halt viel zu jung sind, um überhaupt da zu sein und können halt nicht spielen. gehen die halt zurück und haben sich anscheinend mit ihrem Van, den sie halt extra dafür auch so als Tarnung gekriegt hat, so einem Familienvan, auf den Parkplatz gestellt, auf dem man nicht stehen dürfte und da steht sofort ein Abschlepper und versucht die halt abzuschleppen und bevor East wirklich merkt, was passiert, hat der Typ eine blutende Lippe und sein Bruder steht neben dem mit einer Knarre in der Hand und die sollen ja unentdeckt bleiben, weil die sollen ja, darum geht's ja und das ist halt und ja und da müssen die halt, also lässt der Abschlepper die wieder los und lässt die halt ziehen aber ja, sie wissen jetzt halt nicht, habt ihr die vielleicht angezeigt oder irgendwas noch gemacht so, ne, also die wissen jetzt nicht, ob sie vielleicht schon irgendwie entdeckt wurden oder sowas, ne, also der, Michael Wilson hat auf jeden Fall die Mission gefährdet, sagen wir es mal so und dieser, dieser Konflikt führt halt kurze Zeit später dazu, dass, ja, es einen Showdown sozusagen gibt, wo East, oder in dem sich East und Michael Wilson halt, ja, gegenseitig auf die Fresse hauen, beziehungsweise verkloppt Michael Wilson East ist volle Kanne, weil er halt auch nochmal viel älter ist und auch trainiert und ja, das Einzige, wie das beendet werden kann, ist, dass halt sein Bruder Teil kommt und wie da mit seiner Knarre die Auseinandersetzung beendet und Michael Wilson dazu zwingt, halt auszusteigen und woanders hinzugehen. So, jetzt sind sie nur noch zu dritt und zu dritt machen sie es jetzt dann halt weiter auf den Weg durch die USA und es wird auf jeden Fall noch ein paar weitere Verwicklungen geben und wie das Ganze endet, ist auf jeden Fall sehr unerwartet und darüber möchte ich jetzt nicht mehr weitererzählen, das müsst ihr dann selbst lesen. Aber das hört sich schon mal echt gut an, muss ich sagen. Ist wirklich gut geschrieben, jetzt komme ich mal so zu dem Buch, wie es so war, es ist unglaublich toll geschrieben, es ist mit so einer jugendlichen Gelassenheit irgendwie, so ein bisschen Fänge am Roggen ähnlich, würde ich sogar sagen, weißt du, was ich meine? Also so eine allgemeine Gelassenheit. am Puls der Zeit irgendwie. Ja genau, aber auch die Erkenntnisse, die so mit einer allgemeinen oder eher, sagen wir mal, nicht hochgesprochenen, sondern eher einfachen, nüchternen Art präsentiert werden, sind dadurch irgendwie, gewinnen die total an Aussagekraft. Einfach dadurch, dass sie halt so nüchtern gesetzt sind und einfach die Sachen so präsentieren, wie sie einfach sind und auch die Beobachtung und so, er schweift sehr wenig ab von seiner Geschichte, es sind sehr rudimentäre Beschreibungen, also du hast sehr wenig visuelle Beschreibungen, immer nur so mal ganz wenig, ab und zu mal und das ist das, was das Buch eigentlich auch so ausmacht, weil du hast sehr viel Freiraum, dir das selber auszudenken und du hast nicht so das Gefühl, dass es dir jemand wirklich erzählt, sondern also, dass es dir ein Jugendlicher erzählt, der halt einfach nicht darauf fokussiert ist, wie sieht das aus, weißt du, was ich meine? Es ist eher so eine, als hätte es halt einen Jugendlicher geschrieben, es ist halt, ja, es drückt diese ganze Art davon aus und auch so dieses, so ein bisschen Comic of, Coming of Age auch so in diesem, dieser Roadtrip ist auch so ein bisschen so das Erwachsenwerden des Protagonisten und das merkt man auch immer so durch die Art und durch die Sprache, wie sich das so weiterentwickelt und wie auch so seine Gedanken sich weiterführen, es ist unglaublich gut gemacht, das Buch ist ein Debütroman, also das erste Werk dieses Autoren und unglaublich, also dafür wirklich unglaublich ergreifend und auch fokussiert auf seine Thematiken einfach, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen, also einfach nur mit der Art der Geschichte und der Erzählung schafft er es gut, seine Prämissen unterzubringen, ohne dass man sich als Leser belehrt vorkommt. Ja, was auch interessant sind, sind natürlich die Unterschiede, also die Rassentiments, die da präsentiert werden, unser Protagonist ist dunkelhäutig, so wie eigentlich alle, die mit ihm unterwegs sind, weil, ne, L.A. Vorort, auch so durch, über ihre Reise, wie sie immer wieder angeguckt werden und wie er immer wieder auch merkt, auch eigentlich zu einer Zeit, wo man ja denken sollte, dass das noch nicht, also, dass das eigentlich gar nicht mehr so krass Thema ist, wirklich echt heftig unterdrückt wird oder halt auf jeden Fall immer schräg angeschaut wird, wenn er da auftaucht. Vor allem in bestimmten Regionen, die immer weiter östlich werden, ne, also, wie auch immer. Und, äh, die Spannungen sind sehr unerwartet, also oft denkt man so irgendwann zwischendurch, oh, jetzt flautet es so langsam ab, ne, und man denkt so, man wüsste auch, wo es ungefähr hingeht. Nein. Das Buch überrascht einen immer wieder so, dass man denkt, boah, krass, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, boah, krass, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, also, das ist mindestens vier oder fünf Mal beim Buch passiert, so. Und es geht dann immer in eine andere Richtung, von der man erwarten würde, dass es in diese Richtung nicht hingeht. Also, wie zum Beispiel der Rauswurf von Michael Wilson, das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte, ey, krass, macht der jetzt echt so? Das war eine der wenigen noch, aber da kommen noch krassere Sachen. Also, es hält auf jeden Fall eine Menge Spannung bereit und ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, 24 Euro. Ich glaube, als Kindle 21 auf jeden Fall super lesenswert. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. 400 Seiten sind auch recht schnell durchgelesen. Also, ich war, glaube ich, innerhalb von einer Woche durch. Also, für meine Verhältnisse habe ich echt nicht lange gebraucht. Und ja, kauft euch das Buch. Hat wirklich Spaß gemacht. Auch so diese Coming-of-Age-Geschichte, da muss man natürlich irgendwie Spaß dran haben. Auch so, also, auch diese Prämisse natürlich, es geht auch natürlich viel, also, es ist auch recht gewalttätig, da muss man auch zwischendurch vielleicht darauf klarkommen, aber macht Spaß zu lesen einfach. Also, kann ich nur jedem empfehlen. Genau. Ja, cool. Und so viel zu meinem Buch. Und jetzt hast du noch eine kurze Kurzgeschichte. Genau, ich versuche, mich kurz zu halten. Das Buch ist auch zum Glück sehr kurz. Und zwar handelt es sich um die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman. Es ist ein Klassiker der amerikanischen Literatur. Eine Kurzgeschichte, die das erste Mal 1892 rauskam. Und es geht um... Das ist auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ja, auf jeden Fall. Es geht dabei um... Also, die Protagonistin ist eine Frau, aus deren Perspektive wir auch das ganze Geschehen erleben. Und sie schreibt Tagebucheinträge und zieht mit ihrem Mann in ein neues Haus zum Übergang. Und ja, sie ist krank. Also, ihr Mann ist Arzt und sie, also, ihr wurde diagnostiziert, dass sie leicht hysterische Tendenz hat und temporäre Depressionen. Das ist eine ganz übliche Diagnose für Frauen damals gewesen, die halt, ja, leicht hysterisch sind oder weiß ich nicht. Also, das war so eine typische Krankheitsbeschreibung für, ja, einfach Frauen, die den Mund aufgemacht haben. Genau, genau. Und sie hat die Ruhekur verschrieben bekommen. Auch das ist eine Behandlung, die es tatsächlich gab und zwar sollte, also der Sinn davon war quasi, das Gehirn der Frau so wenig wie möglich zu belasten und mit so wenig Sinneseindrücken wie möglich irgendwie so, dass sie damit, Alter. Also, man durfte irgendwie nur, ich weiß nicht, eine Stunde am Tag oder sowas lesen und den Rest musstest du halt einfach im Bett liegen und durftest nichts machen. Alter. Ja, das war der Ansatz. Alleine das ist schon richtig krank, ne, heutzutage so. War halt selbstverständlich zum Anfängen der Psychologie so. Ja, ich habe letztens noch einen Ausschnitt aus ARD den 1960 gesehen, wo der Reporter da war beim Frauenfußball und die gefragt hat, ja, fühlt ihr euch dann wie die echten Männer? Wascht ihr auch dann eure eigenen Klamotten? Alter, da waren Fragen drin, ne? Alter. heftig, richtig, richtig übel. Ja, aber 1892, okay, ist ja natürlich nochmal ein Stück zurück, aber das sind Methoden, die sind ja schon fast barbarisch. Ja, ist echt so, also die, man, also, ne, wie gesagt, der Sinn war quasi, dass die Frau so wenig Reize wie möglich erliegt und es dadurch anscheinend besser werden soll oder so, keine Ahnung. und ja, sie schreibt quasi diese Tagebucheinträge so halb legal quasi, also ihr Mann will nicht, dass sie das macht, weil sie ja, sie darf sowas ja nicht machen, weil das strengt ja ihr Gehirn an. Ja, ist klar. genau, in diesem Haus, also sie sind da in so einem Sommerhaus, weil ihr anderes Haus gerade renoviert wird oder so und in dem Haus, ja, sie fühlt sich da sehr unwohl, gerade in dem Zimmer, in dem sie dann immer sein muss. Sie muss eigentlich den ganzen Tag nur im Bett liegen und zwar findet sie die Tapete sehr beunruhigend und beginnt sich dann da so hineinzusteigern und das ist immer, also vielmehr will ich auch gar nicht erzählen, der Kern des Buches ist quasi, dass sie sich in diese Tapetensache sehr hineinversteigert und ja, langsam verrückt wird. Weil sie halt die ganze Zeit eingesperrt wird und nichts anderes zu tun hat, als auf diese Tapete zu gucken. Genau und das kommt so sehr langsam, Schritt für Schritt, merkt man und gerade weil es ja auch diese Tagebucheinträge sind, das ist ultra gut geschrieben, wirklich. Ja, interessant. Also du glaubst dieser Frau halt wirklich, dass sie langsam verrückt wird so und das, also das Buch entwickelt halt so einen Sog, dass du selber glauben würdest, dass wenn du in der Situation wärst, dieses Tapete auch dich verrückt machen würde. Ja. Und Kann ich mir vorstellen. Überhaupt so, dass du, wenn ich mir vorstellen müsste, man muss den ganzen Tag im Bett liegen und darf nichts machen, so, dann würde es ja alleine so schon verrückt werden. Und das Buch ist autobiografisch geprägt, denn die Autorin hatte genau diese Diagnose bekommen von einem Arzt und genau diese Behandlung, von der sie fast verrückt wurde. Und das Buch ist im Prinzip ein Appell an ihren damaligen Arzt, dass er doch mal seine Methoden überdenken sollte. Also man merkt halt wirklich, dass, also man kann das auch, glaube ich, kaum so eine ähnliche Wirkung wie das Urteil von Franz Kafka oder so. Hat so eine komplett surreale Welt, die sich da irgendwann ergibt und so einen merkwürdigen Schreibfluss, der dich einfach so krass in sein Band zieht. Genau. Und also das Buch ist auch nicht so lang. Also wie gesagt, ist eine Kurzgeschichte, eine etwas längere zwar, hat in der Ausgabe, die mir vorliegt, 64 Seiten. Übrigens habe ich die Ausgabe von ja genau vom Braunmüller Verlag aus Österreich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Die ist wirklich wunderschön mit einem sehr schönen Cover. Was den Inhalt des Buches finde ich sehr gut widerspiegelt. Kostet 14,90 Euro. Ja, das Buch ist sehr spannend zu lesen und hat sehr viele verschiedene Deutungsarten. Es ist ja im Kern sehr feministische Literatur mit sehr vielen verschiedenen Symbolen, die quasi ja die Unterdrückung der Frau darstellt. Also das Zimmer hat Gitter, so dass die halt nicht rauskommen kann und ihr Mann bestimmt halt was für sie gut ist und ne, also auch generell die Behandlungsmethode natürlich. Es ist alles sehr ja, frühe Feminismusphase quasi und hochspannend geschrieben. Es ist ja generell so, dass Genre Literatur sehr oft ein Katalysator war für ja politische Themen. Ja, dass sehr viele Horrorfilme ja auch oder Horrorliteratur Verarbeitung war von irgendwelchen politischen Themen. sehr interessantes Phänomen und ja, ich finde, die gelbe Tapete ist wirklich eines der besten Stücke amerikanischer Literatur überhaupt und sollte mal wirklich gelesen werden. Also es, die gibt es bestimmt auch irgendwo kostenlos zu lesen. Ich hatte die halt in der Uni und habe es da halt das erste Mal gelesen. Genau. Sehr spannend, wirklich großartig beschrieben. Dieser Wahnsinn ist fast unvergleichlich, finde ich. und ja, unbedingt lesen. Kann ich nur sehr empfehlen. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Ja. Gut, das waren dann unsere Bücher und die Folge für diese Woche oder für die nächsten zwei, wie auch immer. Genau. Genau. Und dann, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr eins der Bücher gut gefunden habt oder bestellen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Affiliate-Links unten in der Beschreibung benutzt, dann kriegen wir auch ein bisschen was davon und stecken das natürlich nur in den Podcast wieder. Genau, genau. Aber nur das am Rande. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Übernächste, meine ich natürlich. so ist das. Mit neuen Büchern und dann hoffentlich auch wieder mit Kaylee. Ja, das wäre schön. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne Tage und lest was Gutes. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.